ja servus willkommen zurück zu einer kleinen runde lost ark hier ja wir starten mal rein und gucken mal was so geht wir waren ja hier beim questen stehen geblieben aber ich werde trotzdem jetzt mal anfangen hier ein bisschen noch diese daily sachen zu starten das wird ihr auf jeden fall fertig kriegen ich glaube das ist ganz wichtig aber wir starten mal mit dem intro ja da sind wir wieder so wir hoffen jetzt erst mal zurück zum hafen und werden jetzt hier unseren chaos dann schon noch mal rein knallen dass wir hier auf jeden fall weiß es ist relativ spät dass wir da jetzt hier die sachen noch fertig kriegen wunderbar moin grüß dich es geht mein bester ich hoffe alles roger halt das wollte ich doch gar nicht tun jetzt doch gedrückt für jeden noch ein bisschen gründen müssen hier unser knecht boy hier wir wollen nach wehren jetzt mal rein nach wehren müssen hier auf jeden fall noch diese daily sachen klären ja bei mir auch alles gut ist ein bisschen spät dran jetzt sind leute alle schon arme schlafen jetzt mal hier mein neues setting aufgebaut jetzt ohne rahmen ohne hintergrund dass wir es noch ein bisschen hier einstellen und dann noch die richtige ecke auch zu wehren wo man da jetzt hier rein geht ein bisschen tricky noch das ist jetzt hier noch nicht das gelbe vom ei aber ein anfang immer schön die mokoko samen knallen jetzt den fatum ist die td die sachen noch knallen ist wichtig jetzt muss ich hier mal noch was gucken das denn weiß nicht okay wir gehen jetzt mal hier rein was hat man denn jetzt 460 ja geil ratik nicht abgeschlossen scheiße da fehlt uns noch die quest jetzt das könnte man jetzt schon weiter gehen ja die sind doch wie schon alle am pen bei einer kollege der noch wach bleiben wollte der hat aber leider irgendwie 14 stunden schon gezockt heute also richtig behindert naja ist ja nicht schlimm es sei ihnen gegönnt die sind ja alle ein bisschen krank kann ja huppala nicht jeder nur abends immer die sind ja irgendwie alle immer tagsüber aktiv aber das ist auch in ordnung so ich kümmere da noch ein bisschen was aufwerten heute immer dass sie alles haben dann morgen wird wohl dran sein den twink zu den twink aufzuleveln dass wir da gut weitermachen können vor allem dann weiter in den turm reingehen können ok da gab es jetzt nichts mehr ja es ist so unglaublich dieses spiel es ist halt erst der anfang von allem kollege hat irgendwie heute den halben tag nur mokokosamen jo gönn dir was hau dir was rein ja 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 hier droppt schon ordentlich der stuff die quest mit rein müssen wir auch weitermachen ja 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 jetzt der fed clops ja 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 Und tschüss. Ja, ab und zu muss man halt auch mal eine Ulti knallen. Das hilft nichts. Jetzt machen wir die Male weg hier. Oh, goldenes Portal. Geil. Sehr schön. Schatz Goblin, komm zu mir. Goblins immer alle ran. Das ist wichtig. Richtig und wichtig. Goblins, komm zu mir. Okay, habe ich jetzt keinen Nerv mehr, die kleinen Kackviecher wegzumachen? Ja, genau. Oh, hallo Freund. Hallo Freund. Oh. Oh ja, gold, jawohl. Schön, das Gold rein. Sehr gut. Hat sich auf jeden Fall gelohnt schon mal. Das war wunderbar. Huch. Sehr gut. Huch. Fett, Freund. So. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Immer noch zu wenig Schaden, da muss noch mehr kommen auf jeden Fall Das ist gerade noch ein bisschen lame Das ist wieder diese super Währung, die neue Äh, erstmal hier gucken, was gab's Ist nicht so der Reißer eigentlich Alles ist nicht so der Knaller Ah, ist halt schade Es gibt halt schon die legendären Dinge Müssen halt die Rowendel Quest machen Es hilft halt nix mehr Das hilft nix mehr Brauchen halt die Rowendel Quest Gut, wir haben jetzt ordentlich Matt bekommen Kriegt man vielleicht noch mal ein bisschen was hochgelevelt Der Grind ist jetzt halt real Bis zum nächsten Mal Halt nur bitter, dass wir jetzt halt nicht die Wächter schaffen. Weil alleine ist es halt echt Absturz. Fick auf die zwei. Fick auf die zwei. Oh ja. Oh ja. Gib mir mehr davon. Mehr davon. Oh ja. Oh ja. So, wo ist jetzt hier der dicke Kollege? Zeigt sich noch nicht. Schon, zeig dich. Traut euch, kommt zu mir. Da ist er doch. Tschüss. Ah, wie viel gezüchtet hier noch kommt er. Ah, für die drei Harmonie-Fragmente. Weiß ich ja. Ach komm, egal. Kack drauf. Ich hab mir lebt. Und da ist es mir lebt. Und da ist es mir lebt. Ich hab mir lebt. Hier droppt er irgendwie gefühlt mehr als in der Runde davor. Das kann natürlich auch sehr stark täuschen. Sprengen, wegmachen, sehr gut. Immer schön platzen. Sehr gut, können wir jetzt verlassen. Sauber. So, was gab es denn da jetzt Schönes? Ja gut, das verkauft man halt nicht. Das ist Hagrid. Auch immer Crit, ich will kein Crit. Auch hier wieder Spezialisierungstätigkeit, ist halt scheiße. Was hat denn das? Wäre schon Kompetenz. Ja, das lohnt sich halt wieder nicht. Dann haben wir dann mit dem Crit wieder verloren. Lohnt sich nicht. Will ich auch nicht wechseln. Beherrschung, Crit. Also bessere Qualität halt. Also bessere Qualität halt. Wir nehmen den jetzt erstmal mit, einfach nur weil es sich halt lohnt. gut. Etatropfen. Das dürfte jetzt alles nichts Neues sein. Ja. Ja, 300 Gold ist schade. Ja. Alles bitte, dass wir da jetzt nichts machen konnten. hat sich jetzt halt nicht wirklich gelohnt. Hat sich jetzt halt nicht wirklich gelohnt. Ja. Episch. Ja. Pfeife auf die Steine. Die anderen haben wir aufgehoben. So. 8, 8, 8, 9, 7. Wir werten jetzt hier erstmal die Waffe auf. Jetzt haben wir ja Glück und es reicht für irgendwas. Hat auf jeden Fall geklappt. Oh, Light King. Beste Ehrenbruder. So. Schauen wir mal den hier. Ja, ein paar Sachen können wir machen. Das wird halt immer teurer und immer teurer. Wow. Und 280 Dinger ins Klo geschossen. Juhu. Super toll. Gut. Das hat geschafft. Ja. Dann können wir jetzt noch eine aufwerten und das war es dann eigentlich schon wieder für heute. Das kostet doch schon 11 von den Teilen. 80% Chance. Es wird immer weniger. Komm schon. Jawoll. So. Ja. Und das war es. Wir haben ganze 10 Punkte geschafft. Super toll. Aber diese Titel, das ist halt auch Quatsch. So. Wir haben ganze 10 Punkte geschafft. Aber diese Titel, das ist halt auch Quatsch. Quatsch. Questübersicht. Wird voll weiter tun. Wir erstmal Heim und Herd machen. Gucken erstmal hier auf die Insel drauf. Ob wir da weitermachen können. Hehehe. Und da müssen wir erstmal das Zeug hier abgeben. Und dann, da ich auch den Wächter-Raid ja nicht machen kann. Einige Angelegenheiten benötigen eure Zustimmung. So. Emotionsenergie. Festungsplatz-Erweiterung. Mehr Wohlergehen. Schleichrohre. Htp-Trank. Das ist der epische. Den würde ich gerne mal forschen. Das ist auch wichtig. So. Dann machen wir das hier mal weg. Expedition war ja fertig. Oh ja. Wir haben euren Rang S sogar erreicht. Sehr schön. Dann würde ich nämlich mal so eine Spezial-Mission machen vom... Eis-Legros. Das ist, glaube ich, der neueste. Würfel nicht. Lumeros. Hätte ich halt gerne... Okay. Wir wissen, den jetzt besser. Genau. Brauchen wir den. Hätte ich halt gerne... Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wenn das jetzt 10 Stunden dauert, das ist egal. Starker Grind. Danke. So. Fertig. Jetzt hat man hier noch... Anmeldekisten. Marktverwalter. Jawoll. Unsere Gravur-Dinger verkauft für 16 Gold. Sehr schön. Wieder ein bisschen Cashmash gemacht. So. Nehmen wir 100.000 mal Silber. 300.000 Silber. Sehr schön. Nehmen wir alles mit. So. Dann läuft das auf der Insel die Forschen. Ja wunderbar. Dann... Halt. Ich kann doch mal mit dem reden hier. Was hat der Schönes da? Ginas. Na schade aber nicht genug. Legendäre Karten haben wir auch nicht genug. Great Seagal. Ne. Würde ich erstmal nichts kaufen. So. Wir spielen mal Lied der Rückkehr. Nein, nicht Lied der Rückkehr. Lied der Flucht. Machen wir hier Lied der Flucht. Und... Huch. Huch. Gibt es hier noch irgendwas? Ne. den Raid schaffen wir halt heute nicht wir machen aber jetzt mal den Hafen nochmal und schüppern da jetzt nochmal rüber wir werden jetzt hier nochmal eine halbe Stunde ein bisschen questen dass wir da gut unterwegs sind ich glaube das ist sehr sinnvoll noch, dass wir da wirklich keine Probleme kriegen ja und vielleicht werde ich morgen auch mal den Zweitschar ein bisschen pushy pushy machen halt fällt mir noch was ein, Gilde mit dem Spendenteil genau mal spenden da konnte man den noch so spenden? verstehe ich nicht kann ja nur die Forschung unterstützen halten ne Ich bin mal Penbro. Yo, Bro, mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Ja, ich denke mal, morgen geht bestimmt noch mal was. Schlaf gut. Kuss auf Nuss, geht raus. Pass auf dich auf. Schlaf schön. Kussi, kussi. Gut, dass wir da überhaupt mal das Ding geholt haben. Auch stark. Wäre jetzt auch mal wichtig gewesen, dass wir jetzt hier den Portal Döns hätten gemacht, aber nein. Ach, wo laufe ich eigentlich hin? So wird das nix. So wird das nix. So, dann gehen wir noch mal hier hoch. Da waren wir ja stehen geblieben. Der auf dem Schattenmarkt, genau. Den machen wir auf jeden Fall mal noch mit. Huch. Ja, wir haben ja schon ein bisschen weiter. Müssen wir die Quest nochmal machen? Wenn du jemanden wie ihn findest, sag mir bitte unbedingst. Vor einer Weile. Ja, ja, ja. Lass mal hier auf den Freund mal warten. Ja, ja, wir müssen den freilassen, sonst geht das nicht. Uh. Problem, oder was? Ja, hast aber Glück. Ich töte dich nicht. Ich bin frei. Jetzt hoffst du, dass ich nicht aussehe wie ein Gefangenenhändler. Hier ist der Holzfäller von Neu. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Huch. Was wollt ihr? Wir haben jetzt einiges zu tun hier. Wichtig war es ja erstmal, die Tagessachen zu machen. Weil ohne die Tagessachen bleiben wir auf der Strecke. Oh, jetzt wieder zurück. Ja. Schau dir mal diese Lappen an. Zu schwach, um was zu schaffen. So, rein da. Bruder, stirb. Das tut dir nicht gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, jetzt bin ich. Donald Redding. der frosch ist im hals drin schmeckt das weggepostet hier hin alles klar rede mit dem hannes gefrorenes meer gehe weiter ja kein problem ich habe dir gerne geholfen mein freund die daison genau halte durch der papi kommt schwindet keiner mag euch k k k k k mit frosch gerade im hals und normal k 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 ich bin Rumsi der Beste. Genau, ein bisschen Dampf. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Alter Judas, es geht. Genau, Brot. Ja, nimm ein paar Mösen. Bitte. Ja, ich hab geholfen. Ich bin der Beste. Ja, ich hab schon viel von dir gehört. Du hast den ganzen ganzen Fick erlebt. Nicht, was du bist. Ich halte hier nicht. Glockenturm. Ein zum Glockenturm. Ich hab kein Turm. Schweigt. Achso, der gibt da hier um die Arena. Wie war das denn nur? Ja, ich bin der Beste. War das denn nur mit dieser komischen Arena-Gedöns? Weiß gar nicht mehr. Erstmal porten. Schneller. Das geht schneller hoch. Okay. Pfeifen. Genau. Ach ja, stimmt. Flatt. Ne, Fratt, Flatt. Ah, das war das so eine dumme Quest. Ich glaub, die hatte ich damals noch gemacht, bevor wir den Server gewechselt haben. Stimmt. Ich auch. Das hat sich da glaube ich so ein bisschen gezogen. Aber das war so ganz komisch, bis wir den fertig hatten. Bitte. Das war ein bisschen weird. Ohne als Aufgaben hätten wir auch mal anwählen können. Muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ah, wir erledigen den Bösewicht. Hallo. Weiß nicht. was schön ist. Ja, das wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Es gibt sicher einen passenden Pist. Du darfst es davor nicht, dass du mir Angst machst, indem du alter Stroh-Fatramat... Soll ich dir die Information gibst? Hey, kann ich hier... Doch. Ach, da war doch diese komische Schleich-Quest. Die kam doch auch noch, die so richtig komisch war. Ich wollte doch eh drücken, dass wir hier 2 kmh schneller laufen können. Na ja, jetzt kam das doch hier gleich. Naja, das kam doch hier. Ich erinnere mich doch dunkel hier da dran, wenn ich hier oben rein musste. zu ungeduldig. Hebe Kisten auf. Trage Kiste. Lege Kiste ab. Räder. Ah, gut. Mäht. Laufe hin und laufe her. Ja, genau. Jetzt kam doch das mit diesem Schleichen. Ja, aber am Ende war es gar nicht so viel, glaube ich. Willkommen in der Arena des Roten Vorhangs, dem Flachfeld des Flutes. Heute mit einem besonderen Gast, dem wiederkehrenden Champion Jene. Dann mache ich das Ding kaputt. Genau. Jetzt konnte man doch da rein. Genau, das ging ja hier nicht. Jetzt müssen wir noch hier mit den mit den Reden, genau. Miaust du. Genau, jetzt kommen da die Wachen. Genau, jetzt konnte man da rein. Genau, das war doch hier das Komische mit den Wachen, wo man nicht durchlaufen konnte. Ach, Schnauze. Mist. Ah, diese Schleichkacke. Es war so weird. Jetzt war ich zu ungeduldig gewesen, das wollte ich gleich rein. Ach, Kacke. Mist. Zu ungeduldig. Gut, den einen hätte man vielleicht nur umknallen können, aber das hätte nicht gereicht. Viel zu ungeduldig. Warum laufe ich da rein? Wieso laufe ich da rein? Nee, sta cascade. Wenn ich Enterprise跳bes piound, Bitte. Hier ist es da, kann ich so reinlaufen interessieren muss schleichen schade ich dachte schon ich habe es wieder verdorben er ist so clever wie er und je er ist es ist jenig der beste ja du bist der zweitbeste nach jenig ich weiß du bist auch der beste so einmal kurz verstecken also das hätte man eigentlich von auch geschafft ich war einfach nur viel zu gierig und bin dann schon wieder rein wenn man jetzt einfach hier warten müssen warum es erwarten weil er nämlich genau ich auch in den kringel läuft genau das war mit dem hier draußen ein bisschen quatsch machen genau ist der gabel kurz da mit dazustellen muss man das ja nehmen aber dann kam er hier nicht mehr durch ich würde ja wieder hinläuft hier lang ok genau ich glaube das hat er jetzt schon gereicht gehabt ich bin für um es ist einfach der beste wir können jeden moment da sein gleich werden die käfige voll sein heute leute macht euch bereit bei euch zusammen und steck euch in käfige genau morgendämmerer sind da bitte geht da hin ja genau können wir endlich mitmischen ich weiß nicht wie lange wie bist du für eine und tschüss und tschüss wow hat aber viel ausgehalten nicht hahaha Lappen Lappen einfach nur Lappen ja 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 bitte ich habe euch gerettet habe ich sehr gerne gemacht habe ich sehr gerne gemacht ich habe noch niemanden gesehen der ist auf der suche nach bei ja 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 das ist schön dich kennenzulernen ich bin Lordröm ein Priester von Sirius grab der toten fragt möchte ich schon gern fertig machen noch heute hallo boys stark 124.000 ep ok alles klar nehmen wir mit die nehmen wir mit laute geräusche aus der gruppe pony ran er ist fertig und der hundi kann mich in ruhe lassen dritte fährte ich mach dir feuer ist kein problem wach auf lady rede lady ich weiß doch nicht wo du bist verpisst euch frostwölfe braucht kein mensch frostige eiswölfe was was ist der wrong side was ops geht es natürlich nicht lang bitte nutze command entschuldigung tut mir leid tut mir leid schriftlein 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 Oh, guck mal hier. Der hat mich doch schon da angelächelt. Der hat mich doch schon angelächelt. Das ist eine gute Frage. Will ich nicht. Will ich keine Zeit mit deinen Geschwistern verbringen. Hallo, Bro. Ekelhaft. Ihm ist übel. Doch. Auf jeden Fall sage ich es ihm. Eindeutig. Tschin Tschin. Schnellfahrer mit diesem komischen Turm auch hier. Wer bist du? Rein da. Wie kannst du es nur wagen? Oh. Ich weiß nicht. Warum? Ach so, der greift mich doch jetzt nicht an. War das nicht irgendwie so? Oh. Wer will dem hier eine Lehre erteilen? Tsk. 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 Oh. Du bist geplatzt. Ich bin der Mächtige. Beste. Ich bin Hums. Der Beste. So, jetzt müssen wir auf den Freund warten. Der braucht ja wieder acht Stunden, bis er da ist. Ja, wunderbar. Das ist aber schon mal gut, dass wir da... Ui, ui, ui. Da ist er noch ein Knilch. Wow. Hier kommt sie angelaufen. Ah, na. Ah. 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 Hammer. Irgendwelche Anzeichen. Nö, keine Anzeichen. Oh, guck da. Dann werde ich deine Hilfe nicht brauchen. Ui, joppa. Zeit für die Bestrafung. Siege, Freunde. Oh, duuuhh. Oh, duuuhh. das will ich jetzt heute noch fertig machen der frat klaus jetzt sind wir doch schon beim pratt ist er doch jetzt gleich kommen zahlreise die hütte musste da hier außen rum weil sie noch weil die tür nicht ging renne mir den weg frei zum fahrrad hallo freunde weiter geht es fratz versteck ist entgeplast ok Okay. Da bin ich. Leider verbrannt. Bitte. Ich laufe da hoch. Bäh. Schwindet. Kleine Lümmel. Lümmel. Huch. Was war das? Ich habe mich geschobst, ihr Schweine. Thank you. Was köstliches wollte er machen, aber er ist leider umgefallen. Danke. Na, der Mokoku. Geh wieder da hoch. De-de-de-de-de-de-de. So bin ich noch richtig. Ja. Laufen, laufen, laufen. Huch. Ja, das war jetzt vielleicht nicht die beste Attacke. Beides hat aber immer vorbei. flatsch fehlen immer noch Freunde hier Suche nach Frat machen wir weiter mit Frat Bräter auf hier ist er doch oh Frat, hallo, Kollege oh, du bist tot ich auch ach Frat, hau ab wow ich habe Angst vor der Riesenkrabbe hallo, Riesen-Skorpion oh, du bist kaputt oh leider kaputt dann Lied der Flucht ja, wir haben es geschafft hier da haben wir Frat fertig gemacht haben wir schon alles Quatsch Chaos-Portal ist erschienen alles kurz ja gut, dann würde ich doch sagen da haben wir es doch jetzt hier geschafft an der stelle und wir sehen uns im nächsten Stream oder auch bei YouTube wieder, wenn es gefallen hat ich würde mich natürlich über Feedback von euch freuen ich wünsche euch alles Gute haut rein und tschö mädö und hier